Was geht ab Leute? Sehen ihr wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So, jetzt probieren wir es mal, ob Prime mit dem großen Schlagen können. Ich hoffe es ja mal sehr. Oh shit! Not this time! Brrrr! San! Ja, 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 ja. Oh, zumindest mal die Hälfte geschafft. Ja, ist klar. Alter, wie schnell das ist. Das können wir beide dauern. Alter. Ja. Mann! Jangan lupa subscribe channel ini untuk menonton! Was soll ich denn da in der Luft machen? Das gibst du nicht, das ist ja unmöglich. Was soll ich denn da in der Luft machen, was soll ich denn da in der Luft machen? Wie ist das machbar? Was soll ich denn da in der Luft machen? Wie soll ich denn da ausweichen? Was soll ich denn da in der Luft machen? Das tut mir leid aber dazu bin ich jetzt einfach ein zu großer Noob. Das krieg ich, das haben wir echt nicht hin. Das ist ja brutal. Das ist wirklich stark der Gegner. Was ist das mit ihm? Starscream ist der Plasmakore zurück in die Stadt. Wir haben keine Zeit zu verbreiten. Ach Nööööööööööööö. Das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Das war doch Arsch halt hinten. Come on. Come on. muss ich alles nochmal machen ja gut, dann bin ich an der Stiefstelle sehr frühzeitig die Folge, das würde ich euch nicht nochmal antun, ich spiele nochmal vor bis zum Boss und dann sehen wir uns wieder ich hoffe, diese Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt eine Schwierigkeitsgadone stellen musste, aber es war mir jetzt gerade einfach echt zu schwer und zu anstrengend und zu frustrig mit zu oft neu anfangen alternativ könnte man jetzt einfach rumfarmen und bessere Waffen machen, dann wird es irgendwann bestimmt schon gehen und wenn ich mehr Reparaturkits hätte, würde es erst recht gehen, aber ja, das jetzt zu vorm, es dauert mir jetzt ein bisschen zu lange, gerade für ein Let's Play, deswegen sehen wir uns später wieder, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, wenn ja, lass einen Daumen nach oben da und wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation, ha oder rein?